hier ist ein souveränes video was jonas und ich gemacht haben es ist ja genau werdet es eingucken ist es lehrt sehr lustig außer das ende jonas nein das ich mache das ich weiß schon dass ich dafür anzeigen könnte nö das apple ist einfach apple ok scheiß egal mal an du bist immer noch beim ausparken bin ich da richtig maul nein muss es wissen ja ein paar nicht richtig auftrag gleicher die was kann mach es mal auf ein nächster Schild Junge ich lebe wo Jona steht links oben vielleicht offline alle ist in der Nähe nur kommt mit jetzt kommen alles gut Schirr war die Anlage anmachen okay auch scheiß ja man muss ausgestattet er hat explodiert besser stecken unter meinen Rädern fest ich brauche Hilfe ich habe außer dem einen Motor ausgeschaltet als ich die Warnabink Warnabink Anlage anmachen wollte Jona geht dann noch siehst du mich nicht da bist du heim das ist das mehr das werfen exklusiven Fässer blockieren ist nämlich das passt du hast du was ist einmal zurück das mache ich schon die ganze zeit andersrum zurück ich weiß nicht mehr nach wo andersrum zurück du musst es immer so ein Stück nach vorne nach hinten nach vorne nach hinten man kann ich auch nicht so wie weg alle 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 mit Ja jetzt habe ich 2 Prozent Schaden Oh scheiße ah wie dumm du bist wie viel hab ich ich hab 0 Prozent taarten nun ich denke bei fahrrad nach vorne war einfach nach vorne kannst du immer in mir drinnen fahren bitte ich will wissen was dann passiert mit draußen sind ist die Partie nicht einfach nach hinten machbar ich will das sehen okay oder ich fliege eine Million schön weiter du musst euch geht mitfahren okay ich hab den Sonnenbruch das geht hier auch ein gutes Gefühl Seid weh mal in mir links Kurve ah ah war 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 verschwindest du bei dir auch die ganze Zeit nein bei mir blickst du ja du auch und was ist wenn ich so halb aus dir rausgehe ah du bleibst im Handy au du merkst ha ich hab sechs Prozent er hat und auch war wo muss ich eigentlich langfahrt um war die Anlage nur anmachen werden gleich und auch haben oder muss ich aber war nicht da hat man muss an der Anlage auch gebraucht jetzt gleich kein Unfall ich weiß Ich hab Warflinkanlage gemacht, weil ich Dings gerammt hab. Ey, du hörst dich grad wie so ein richtiger Türker an. Ich fahr da oben drauf. Aua. Geht er weg! Ich bin gerammt. Was? Oh nein. Oh nein. Mein Motor ist aus. Ich statt... Aua. Au. Immer statt F drück ich E und E ist Motor ausschalten. Womit kann man auch mal seinen Anhänger abmachen? Äh, jetzt überfragst du mich. Fahr einfach hinter mir her, okay? Jonas? Ich komme. Nein, ich hab mein Motor ausgeschaltet. Da steht einfach der Anhänger. Taubes ist hier Big Croft da. Ich glaub ich sollte ihn mitnehmen. Nein, das ist so meine Ware. Was? Das ist jetzt meine Ware. Hast du's gekriegt auf? Nein, hab ich nicht. Kannst du oder? Ja, ich muss rückwärts fahren. Ich auch. Wie koppelt man nochmal an? C. Nein, es funktioniert nicht. Bin jetzt irgendwie eingeklemmt. Was? Manuel, ich hab ne Frage. Hm? Weil ich dich gerammt hab. Ja, ich komm hier nicht drunter... Ich komm hier nicht mehr drunter weg. Du hast mich da reingefahren. Ey, Jonas, ich klamm unter dem Anhänger fest. Nein. Kannst du mich hin... Ja, ich häng da jetzt wirklich in dem Anhänger drunter. Ich... Oh! Ich lebe! Ich lebe! Ich lebe! Na, ich hab meine Mutter ausgeschaltet. Mami, kannst du mal mit den Temmel weggehen? Ich muss jetzt rückwärts fahren. Okay. Warte, warm Blickanlage an. Ich werde gleich den Anhänger wegrammen. Nein! 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 Wie? 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 Ja, ich hab' difficile browse gegangen. Ja, das wurde mal geworfen. Oha... không ung 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 ang es gibt da so viele Mütter, die ich anmachen kann, wenn du verstehst! Deine Mütze! Marvin! Nein, Jonas! Das war jetzt nicht lustig! Nein! Das sollte auch nicht lustig sein! Wolltest du nicht zur Tankstelle? Wut! 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 Zupro, wenn ich dir hinten reinfahre... Nö, 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 nur der Crash kriegt Prozente. Ach, wenn du bremst... Bist, ich krieg auch Prozente! Ich bin ein... Assassine! Weil ich dachte, jetzt so ziehst du vorlieg zu rüber! Ich hab auch erst mal mal, hab ich gedacht, ich bleib am Strom, was hängen! auch so man hat übrigens wirklich gesehen ich weiß gar nicht was du meinst Maren wollen die im Tankstelle sprengen okay es hat ich bin Prozent was auch gesehen wie die Leitplanke gerammt hat oder was auch gesehen wie die gelben Pfosten gerammt hat oder der von der Leitplanke ein Prozent bekommen ich habe wie dumm bist du eigentlich warum wie oft trafst du gerade die Tankstelle weil du tanken musst ich habe nur das Shit wie Hubmann H oder G Lass du es nein ich hab meinen Ton aus ich habe Auer du Scheißspiel Scheiß Hitbox es war es wenn die Meter gewesen ich hätte es eigentlich gar nicht gerannt jetzt weiß ich mich immer an beim Ausparken aber ich habe es nicht abschleppen Mama der Perverse hast du eine Mutterfehlfunktion keine Ahnung ich komme irgendwie nicht weg die Götter kann auch sein dass sein Enger die ganze Zeit am Schild hängen blieb Falscher Pfeiffer schon voraus wir waren gerade im Prinzip die falsche Strecke ne egal du kannst gleich abbiegen kommst du ja ich bin doch hinter dir überhol kann ich nicht man kann nur 61 in Ste- ah nein Jonas jetzt fahr vernünftig niemals wir machen erst Quatsch wenn wir auf der Landstrecke sind okay Schatze guck mal nein Jonas Jonas erst wenn wir auf der Autobahn sind okay niemals und wenn dann wir das Auto haben und wenn dann Spieler kommt ziehen wir alle beide links rüber hätten wir auf die Drop 2 kommen sollen das geht hier genauso gut glaub mir ich weiß ich weiß und wir können nicht so schnell fahren also man ist gleich schnell nein du kannst äh immer noch mal zur Reparatur ne die Warnblickanlage ist angegangen und hat prozent bekommen nö ich hab nur 28 Prozent alles ist gut nö ich hab nur 46 nö ich hab nur 28 weil du mich gerammt hast nö ich hab 46 weil ich dich gerammt hab nö ich hab 46 weil ich dich gerammt hab ich hab nur dann ich hab nur ich hab nur ich hab ja ich hab auch die Hälfte 4.000 weniger jetzt habe ich noch 2.444 Euro aber das machen wir auch noch weg 2.444 aber das kriegen wir auch noch weg mit ich darf er auf den ich der zweite da weißt du was ich Juni ist einfach den LKW der nicht gehört was der sie nicht gehört ich glaube jetzt einfach nicht weiter der LKW hat gerade geschlossen ich gehe nach weiter an sich an Hi Marvin Dein halbes Gesicht ist in meinem LKW Marvin ich komm nicht weg ich hab ne Motörfäh-Funktion Das Schild ist mir doch egal Ah scheiße jetzt ist doch nicht egal Will wieder in ihr drin sein Warte sehen wir nicht genau gleich aus sogar Nein ich bin ne Frau denn du bist ein Mann Hey ich hab auch ne Frau als Charakter genommen Ah Mutter B-Funktion Ja ich kann wieder Hi Hi Nein wenigstens schwarzer Mann Nein So erst mal erwarten durchführen und reparieren und jetzt Juni mal Alter du bist auf meiner du bist auf meinem Nebensitz Junge 3 h A R 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 aber es wird er wird F5 da ein F12 ja F12 was ist er weil er so nicht ich dachte schon als er mal hat gesehen wie du die Farben ausgewählt hast nach ich habe mich auch bei den anderen wir haben noch ein ich habe nur neustach angeguckt ab ab ich habe mich im Kreis ein Artikel ist ein ein Artikel ist eingetroffen ich wusste kurz ab ich allo war das Knopf es hieß doch eh vor der Aufnahme hast du gesagt als ob wir keine Aufnahme hätten also mach ich mein normales Verhalten ich habe Zeitung gelesen auch durch alle PewDiePie-Tuber so ab dies ist keine Werbung das ist nur die Empfehlung ein von ein paar ach ja ich bin jetzt Level 11 ich bin jetzt Level 12 Fick dich du behinderter Wichser er wird soll ein Halbpunkt aber du als ich angefangen hat warst du schon Level 5 ja das heißt er hat schon vier Level eingeholt ja weil ich immer langsam aufsteige ja ich auch ja aber du bist am Anfang wird schnell aufgestiegen das war unfair weil er Anfang so leicht ist ja guck dir jetzt mal einen Raum an der Premium Gegenstände hat ja ich auch das hast du dir gewöhnt ein Gamer-Tisch ist ne Pizza alles das hast du bezahlt dafür echt Geld nein alter guck dir meins mal an ne ich hab die Katzentisch ich hab die Paktik Katzentisch alter hat so lange wird dauern ich sehe es du hast deinen Boden geändert bei den ersten täglich drüber gelegt aber seine Wände geändert aber das ist ein anderes Zimmer ich schicke jetzt mal Fotos was ich von deinen Geschenken bekommen okay zwar ein Katt ist man mitfahren ich bin auch bei Autobahn auch auf der Fall schon weiter ja ich würde jetzt gleich in Leitplatten mit machen schon so warte ich muss ihr Fotos schicken während ich LKW fahre lange brauchst du dann auch zu holen noch da wollen ja ich muss gerade LKW fahren und bist du rechts oder links auf die Autobahn links bist du links ich bin gerade erst drauf und bis zu tun was ich sehe ich nicht mehr wichtig auch nicht ich bin da wo man sich wiegen lässt was das das da das also ich habe aus einem Geschenk sogar 25 Abonnenten bekommen ich habe aus deinem Geschenk geben Prozent 165 bekommen ich habe das aber das Geld ich habe ich habe bei Streaming alles folgen habe ich auch und bei Hunde also die Videos und Gamer Videos war es muss ich mein Spielbogen wenn ich du wenn ich jetzt mal nach rechts und ich bin jetzt weg ich hab's nie folgt ich hab's und die Videos wollen ich mache Werbung Dauer und Sponsoren als das war die sie nicht nach das war die sollte ich liegen lassen Prozent bekommen Nö ich auch nicht ach tschüss nur mein Anne nur mein Chef Anhänger 90 Prozent Haa Feldwege sind das coolste kommst du lass gleich wieder so waa 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 ja da vor der Salle ist du waa waa im Achter waaat da waaat da waaat da waaat 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 wenn die extra Zeit wenn die abgelaufen ist kriegst du Minus Nein doch jede Minute Minus waaat wenn du das Spiel schließt und startest kommt als Nachricht wir haben dich in eine sichere Zone gebracht und den Auftrag abgebrochen zur Sicherheit waaat das ist bisher eine und wir wollten vernünftig doch jemand das tut Waaat Polizei sie holen jetzt ihren Anhänger waaat 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 kein Dings wenigstens mehr als erweitbaren dies ist das war aber nicht nur mein Anhänger okay er muss sich abschleppen wo bist du in Elko ich muss alles normal fahren HÄH in Elko das ist zwei Meter von hier entfernt nein es ist zwei Stunden von hier entfernt danke Jonas ich darf jetzt zwei Stunden nach Elko fahren ich habe jetzt zwei mal ein LKW da pariert Leute Anhänger hat sich einfach zu mir geportet nach was wirklich war portet er sich der das ist ja voll scheiße ich würde eigentlich abholen ich bin jetzt da genau und würde ich ihn stehen lassen du musst wirklich alles von vorne machen stimmt wir sind ja nicht sehr weit gefahren gekommen ich bin gerade schon bei der Wiegestattung wo wir waren Schlagloch haha wie viel Prozent neue haha äh ich hab bei Karkner die Autobahn zeigt mal an dass ich irgendwie wenden soll also nach hinten und dann noch mal im Kreis ich war jetzt einfach gegen die Fahrtrichtung nein das tust du nicht ich mache ein Leitplan das ist wichtig wie dass sie gehen ich glaube die Map eskaliert gleich weil sie eine neue Route berechnen muss nein Leute die Map zeigt mir einfach an dass ich weiter auf der Straßenseite fahren soll ich war da jetzt in ständige Linien dann erkennst du mich äh der Lager auch an die Gäste du kommst dir gefährlich nach vorne Jonas das ich muss mein Checkpoint wegmachen sie werden nicht abgeht Anleger gelandet ich habe das immer noch nicht mehr immer nur 19 er hat ja auch nicht gerammt kommst du nein ich wusste meine wochentäglichen Steuern zahlen bald bin ich wieder Minus ach ne eben als wir gestartet haben hatte ich 23.000 jetzt habe ich 1.083 also ich muss mich wiegen lassen kommst du mit neuer ab ich habe den Bordner ich einfach tun wenn sie sich das immer nicht gerade eskaliert ab warren die Sassi der Lichter Platter das ist viel besser als du weil es passiert aber nicht nee gar nicht so ich mach Fernlichter an und aus meinst du mit J du bist in mich reingefahren ich bin nur da langgefahren ich habe ein Prozent bekommen okay ich habe erst ein Prozent bekommen und dann ist es in Sekundentakt hochgegangen nein, nein, du vergeigst das jetzt nicht wo muss ich langfahren? ja, muss ich nicht nach rechts ich hoffe, ich muss nach rechts das ist nicht am Asch oh, kannst du bitte direkt in die Aktrichtung, falls ich muss wenden danke wie soll ich hier drauf wenden? wenn du bist klein, du schaffst das ja, habe ich ja auch ich habe ja auch schon mal vor, warte nicht auf mich wie macht man die Lichter aus? ach so wenn das dauert dann noch ist das Licht? ja, das habe ich dann auch gemacht alter alter wirst du schon? wirst du schon? boah, ich habe nicht geprankt hä? hä? was ist das war, ich verstehe den Prank daran nicht scheiß ich habe die Leitplanke in der Kurve, weil ich habe ich verstehe den Prank daran nicht weil wir jetzt nicht mitkommen können ich bin schneller als nun als Maul, ich verstecke mich irgendwo auf der Landstraße ich sehe dich ich warne dich, ich verstecke mich nein, wir gehen baumgefahren ha scheiß, kacktel was? scheiß kacktel, ey ich sehe dich nicht mal mehr auf der Web, ne ich sehe dich auch nicht keine Sorge, fahr einfach oh nein, ich sehe es gleich so auf einmal ist da so ein Dreikformation so ein Anhänger mit Typ und so du wirst jetzt voll in mich reinfahren ja genau, ich war einfach Straßenblockade an einer Stelle, wo man nicht vorbeikommt gar keine schlechte Idee rechts und links sind unsichbare Wände, ne? wirklich? ja, das habe ich gerade ausprobiert das war doch nicht die Pflanzenblockade das war eine unsichbare Wand ich habe die ganze Zeit alle Straßenschädter weg die da sind ich habe davon jetzt 14 Prozent von Straßenschädtern weg bekommen aber bei mir sind sie noch alle da ah nee, ab hier, ok nee, doch nicht erst weiter hinten, wenn du kurz vor der Stadt bist kurz vor der Stadt?! also kurz vor dem komischen Dings mit den Häusern ja, aber ich bin schon bei den Häusern ich sehe dich mal manchmal ganz kurz aufploppen ich sehe dich gar nicht aufploppen da, wieder weg das mal ganz kurz anhalten niemals ich bin gerade erst bei den Häusern dann dauert es nicht mehr so lange nee, gar nicht du bist doch über 700 Meter von mir entfernt ich fahre noch 3 Stunden und 40 Minuten, ok das ist einer, du bist doch über 10, 710 Meter von mir entfernt halt an nein ich hole dich ein ja ah, da hast du eine Leitplanke, scheiße scheiß Leitplanke, ey ich hole dich in Millimeter ein ah, was habe ich jetzt weggerannt ah, ich kann doch nicht sagen ich habe 41 Prozent, ich glaube ich muss dich wieder abschleppen lassen, kommt wieder ein Alter Felix, musste mit, konnte noch mit 98 fahren läuft bei ihm du behinderter Wichser ich, Alter, wärst du jetzt da stehen geblieben, ne warte, mein Anhänger, mein Anhänger hat nur 28 du kriegst nichts mehr ich weiß ich erwarte, dass ich bei dem Auftrag was kriege, deswegen habe ich ihn kurzen genommen ich habe kein Problem damit, dir hinten reinzufahren, ist nicht mein LKW ja, ich habe nichts bekommen ich weiß du bist so ein Wichser oh, genau, ich habe Prozente bekommen nein, ich werde angerufen von, von wen werde ich angerufen oh, sie oh nein, Sipan wer ist das? Sipan, ja, nein ja k Sipan hat mal wieder den Drang nicht in die Gruppe beizutreten Junge, ist der Kassi behindert? komm in die Gruppe warte die Nein, wie Sie waren das? alle, alles, alles kaputt es sind Momente du